Es ist warm geworden in Deutschland und diese warmen Temperaturen bleiben uns auch weiterhin erhalten. Allmählich kommen warme Luftmassen nach Deutschland, sodass die Höchsttemperaturen bei mindestens 18 Grad liegen. Gebietsweise werden auch immer wieder die 25 Grad geknackt. Und diese warmen Temperaturen werden trotz Schauer erreicht, die ab Dienstag wieder auftreten, denn der Hochdruckeinfluss geht langsam zurück und zunächst bringt ein Kaltlufttropfen Schauer und am Mittwoch auch Gewitter in den Norden Deutschlands. In den darauffolgenden Tagen bringen dann Tiefdruckgebiete, die sich von Westen her nähern, weitere Schauer und Gewitter nach Deutschland. Lokal kann es dabei auch mal stärker regnen. Insgesamt bleiben die Regenmengen bis zum Ende der Woche aber eher gering, sodass auch immer wieder längere, trockene und freundliche Phasen dabei sind. Zunächst wird es im Westen Deutschlands am wärmsten, im Osten ist es noch etwas kühler. Am Freitag werden dann aber in ganz Deutschland um die 25 Grad erreicht. Und der Temperaturtrend zeigt, dass diese warmen Temperaturen auch weiterhin bestehen bleibt und der Sommer immer näher kommt. Die besten Feuersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.